Dass das Blaue Kreuz seine Programme zum Schutz vor Jugend wie die Blue Cocktail Bar, den Dry January oder das Roundabout finanzieren kann, organisieren sie jährlich einen Schocki-Käferverkauf. Habt ihr Lust, eure Klassenkassen aufzubessern und zum Schutz vor Jugend vor dem Alkoholmissbrauch einen Beitrag zu leisten? Dann erkläre ich jetzt die. Eine Lehrperson bestellt die feinen Schocki-Käfer für ihre Klasse und verdäht die an ihre Schüler. Die Schüler gehen dann auf die Strasse oder von Tür zu Tür und verkaufen die Schocki-Käfer für einen Füffelieber und für jeden verkaufte Käfer bekommt die Klasse einen schönen Batzen in die Klassenkasse und der Rest geht an das Blaue Kreuz, sodass sie ihre Programme zum Jugendschutz durchführen können. Die Schocki-Käfer, die nicht verkauft werden konnten, dürfen wieder zurückgeschickt werden. Helfet jetzt mit und meldet euch bei uns.